ach ich habe einen Haken ok ich mache mir jetzt auch einen Greifhaken ne oder? ey ich habe gerade bestimmt 20 Piranhas getötet und so und ich kriege keinen Haken oh das ist ein 100er potion healing ja die hätte ich dir gerade zugeschmissen ah dann hab ich darf ich ein separatisches Haus haben? das bringt eigentlich einen hannter potion will ich sie irgendwie von uns abgrenzen wie lange nehmen wir eine Schnaufe? mh ja ungefähr eine halbe Stunde zwei Parts ja ähm wenn jemand mal zu mir kommen möchte ja ich komme gleich also nicht durchs Wasser sondern mich hier einfach so Tunnel von der anderen Seite graben weil ja wo bist du eigentlich Teuvo? ne 170 Fuß entfernt von dir 160 na 65 ja 180 wo bist du überhaupt? na ich bin rechts ich bin da wo du äh nicht runter wolltest bin ich runter gesprungen und wär fast gestorben aber hab's überlebt wo wollte ich denn nicht runter? da wo ganz viel Wasser war weil du gesagt hast ich hasse Wasser äh und ich hab Gold gefunden da war aber nix weiter weil's du nicht mehr kraft ja ich weiß da ging's auch nicht weiter das weiß ich jetzt auch aber ich bin da runter gesprungen und jetzt baue ich mir hier einen Tunnel und hab Gold ich komm zu dir ich helf Teuvo mal du könntest einfach du musst nicht mehr ja genau ist egal Mario lass mich einfach alleine ja ich komm gleich ich geh mal zu Teuvo gucken äh du musst nicht außen rum naja gut hast du dann schon einen Greifhaken Teuvo? ne ne ich hab den Haken aber ich hab äh die Ketten sind oben in der Kiste sonst äh gib mir eben die Sachen und sonst kannst du mir eben die Haken geben und nein 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 ah so gut es war nur ein Block gib mir eben einen Haken und ich geh eben nach oben für dich ähm ne ich will eben nach oben ich will eben nach oben ich will auch nach oben weil ich noch was gucken wollte alle wollen nach oben wir können doch gleich einfach mal nach oben und irgendwas weiter bauen und graben und suchen ja ich würd sagen wir haben ja jetzt gerade drei also ich geh ich geh schon mal nach oben da ich geh ne komm hilf mir doch jetzt jetzt du bist doch extra zu mir gekommen um mir zu helfen du musst jetzt nicht wieder weglaufen oah grab mal so äh nachher kommt zu dir ja 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 wir können auch nicht verlaufen schön 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 eigentlich wollte ich würde noch mal auf das Wasser rein Leute ich sehe nicht von euch sehen ich kann euch sehen ich kann euch sehen ich kann euch sehen ich sehe so wenig auf Minibild könnte mich auch schon sehen oder noch nicht ja ja ich sehe ich schon voll acht und noch mal Gold ha ha Gold sucht die tja tja Goldgeil tja tja wenn ihr verstanden ist das cool tja ich zwinge euch dazu mir Battlefield 3 zu schenken genau mach nein das bringt gar nichts wenn du sagst du musst Gedankenkontrolle machen so mit ähm mit äh psychischen Tricks und so voll das Wasser ja dann komm doch hier hin wo ich bin grab dich nach unten und dann grab ich einfach hier gerade aus ja hier ähm ne komm hier hin einfach ne komm hier hin einfach da oder doch auch da geht auch so äh ich äh so ich hab noch äh ja ich tue das toll wo ich muss eben noch mal kurz disconnecten wegen äh Dingsens wegen uns ja ja mach das gib mir weil ich dann da oben wieder am spawn äh spawn gibst du mir das Ding ja toll es hat in können immerhin teurer dass er selber erst jetzt geben wir alles einfach ich gehe hoch und gehe hoch wir gehen auch es ist direkt da gibt es dann Sachen kommt man kann ich schon okay ich gehe hoch zwei Kostas mir geht es mir auch noch geben da und wie soll ich hochkommen hab ich gerade eben alles gemacht du kannst ja nicht auch ich glaube ich werde ja ja abgeschmiert hoch und schon jetzt wieder das geht es um Prozent Prozent Lernen Deutsch ist zwar scheiße aber auch egal nein das macht das nicht du bist wenn du das machst du das ist verbaut ist so das richtig verbaut wenn du bei diesem einen Typen bei diesem Goblin ich mein es ich glaub zwar nicht dass sie zu dem heute noch kommen aber wenn du da bei ihm Sachen reforged dann sind die einfach weg go fullscreen bäh bäh also mach es einfach nicht stell bitte deine Sprache wieder auf englisch ja und hier steht tatsächlich wieder spawn protected from changes ernsthaft jep toll wo stell dir vor jetzt ist aus Versehen ähm jetzt hast du aus Versehen vergessen auf die Ausnahmetaste zu drücken man nimmt dich auf ähm da ich weiß dass bei mir die Frames oben rot werden wenn ich aufnehme ähm bezweifle ich dass ich das vergessen habe und ich weiß nicht warum du immer ankommst mit äh stell dir mal vor jetzt hättest du das und das nicht gemacht oder stell dir mal vor das und das ja als wenn du schon so damit als wenn du damit schon so recht ist das wäre doch mal cool wenn das und das passiert mh keine Ahnung weiß gar nicht ich sollte mal damit aufhören ja ich lass mich hier so es geht wieder es geht wieder naja schön gut also wir haben jetzt wir haben jetzt 10 Amethysten und 13 Topasa also gelb oder lila könnten wir machen Saphir sieht schlecht aus nope na was mach ich töten ähm was mach ich denn ah die Nacht der Begleiche die Nacht an wenn ihr wollt kam jetzt naja ich hab da mal etwas rauf jo ähm was wollte ich denn jetzt machen ich wollte ach so klar ich wollte mal die ach so klar ich wollte mal die grünes ne wir haben keine Emeralds ich hab gar keins doch drei ne gut drei ah ja Sponsor Open das ist schön ähm drei Ketten noch ein selber Ohr wo soll ich das mit reinpacken? manche und jetzt muss es anhalten jetzt müsste es so sein so und ich habe einen Grapplinghook freilich Ui 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 kennst du schon das mit der Tür das den Bug da naja hast du schon mal hast du schon mal gezeigt okay ja so jetzt aber na jetzt Moment Moment ich muss mal irgendwas testen aber sich mal eine Bombe für Opfer nehmen Warte wie geht es nochmal? na egal egal mach mal nochmal Alter was war das denn? so geht gut na toll oh so viel zum Auge ne so viel zum Auge ne so viel zum Auge weil das können wir nicht beim Blattnummer machen oder? keine Ahnung auch im Blutmond ist äh brutal der Karrant Worn hätten nein ach ich äh geh hier in die Schlacht einfach rum was hat denn dieser Hase? Leute äh ja das sind die ja na klar das sind die corrupt Dinger die kommen immer bei dem Blutmond da hat gerade Eisen gedroppt oder sowas was? das kann nicht sein äh habt ihr denn so süßes beschlucken ein? das ist ja irgendwo ein Zombie mit nem Huf na gut dann äh äh Leute kommt mal ins Haus lieber ich bin im Haus ich bin nur obendrauf äh lass uns mal lass uns das mal nächste Nacht machen ok und wir verriegeln mal hier lieber die Tür weil äh die Zombies sind bisschen schlauer jo ich bin schon noch nen Weg nee jetzt hab ich schon nen Stein reingemacht ich äh kill hier erstmal n bisschen wat weißt du weil so kannst du immer noch nach außen kämpfen Warte ich glaube wir können immer noch ah ne ich kann die Tür nicht mehr aufmachen ne umso besser klar hä ich konnts eben nicht machen egal ja das ist ein Aufgekleiner guck ich geh mal da weg erstens musst du mindestens einen Block davon weg sein und zweitens musst du dich sozusagen von der Tür weg drehen damit du die öffnen kannst haha du ist extra fest auch so schade fest auch so schade fest wir farmen Gegner wir farmen Geld auch gut ähm so ich will diese ach so Moment mal haben wir Gläser was haben wir Gläser hab ich gesagt glas ich hab noch drei äh Linsen Gläser bottle flaschen sorry nicht Gläserflaschen ah geh weg schweine du schweine ich hab Candy getötet oh lag alter ach nein danke ha 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 was lag jetzt kann ich nämlich größere Heal Potions machen solange ich Pilze habe ich könnt ich hab noch 10 hab noch 10 ich weiß nicht ob man da drauf glas ähm ich geb dir jetzt mal die Pfeile weil ich benutze eh kein Pfeil und Bogen ja ähm ihr seid übrigens beide nicht mehr in der gelben Party ist euch jetzt mal aufgefallen doch wie können wir gehen Party ja jetzt Party time so und wieder da ähm du hast ihm jetzt gerade die Pfeile weggenommen das war jetzt nicht nötig äh ich hab gerade geile Pfeile ja du hast ihm gerade die Flaming Arrows weggenommen ja die hast du jetzt mir wiedergegeben die brauch ich auch nicht wie was ich hab nichts gemacht ne Mario hat sie dir weggenommen ich wollte sie dir hinwerfen und Mario hat sie genommen achso ich hab jetzt aber ganz viele ne soll ich die alle haben oder sind das zu viele so 400 oder so hab ich dir hingeworfen ja äh ich hab jetzt ich habe jetzt 637 auch gut nimm sie aber deiner von euch nur ein Shackle oder sowas äh ein einziges was ich aber selber brauche damit hab ich plus 1% Crit das behalte ich mal lieber ich hab noch einen Shackle ich hab gerade 56 damage bekommen brauchst du einen Shackle mach der ich? ja auch schon aber ne ich hab keinen Ball güle mal selber weil ich hab ja schon diese Uhr mit dem 4 plus Defense ich hab schon Shackle mit äh 1 Defense plus 2 Defense ähm ich mach mir mal noch ein paar mehr Pfeile weil ich brauch das Gel sowieso eigentlich sonst nicht äh haben wir noch Holz irgendwo gel gel ist doch wichtig ja aber Holz haben wir nicht mehr deswegen bin ich ja grad schon farmen gegangen könnt ihr mir mal alle eure kleinen Heildränke geben die ihr habt was geben? die kleinen Heildränke alle geben die ihr habt ich hab keine mehr ich hab keine mehr du musst mal in die gelbe Party kommen Max ne? solltest mal in die gelbe Party kommen ich hab übrigens ne Idee wir brauchen mal ich geh mal Holz farmen auch wenn die Nacht ist nicht der perfekte Zeitpunkt dafür ist ich hab noch 11 Holz sollt ihr geben das? das reicht nicht aber gibs mir trotzdem ja gleich nach dem Baum wo Dallus Zombie ahahaha meh hahaha weil es ist ja ein bisschen blöd dass wir ähm zum Beispiel in solchen Nächten oder sowas nicht aus dem Haus können also nicht an unsere Kisten können deswegen baue ich das ja gerade hier was bausten? ja siehst du das nicht? ne ich bin nicht im Haus ich bin die ganze Zeit schon extra was am bauen deswegen weil das hab ich auch gerade eben gedacht ich war jetzt eigentlich dafür dass wir so ne Art Vordach bauen vor unsere Tür ne ich hab schon was anderes gebaut ne ich sag Doppelsprung wär cool und du fragst ob wir ne Cloud oder Bottle haben ich mein jemanden da draußen der zuschaut ja ich hab eine ich hab zwei andere Charaktere mit denen ich das hab nochmal ja komm bitte sofort hier auf den Server IP ist äh APT äh Passwort ist Geheimpasswort also nein Passwort ist Passwort klar oder Passwort ist 123 je nachdem das äh suchen wir uns immer neu aus müsst ihr beides ausprobieren ja und die IP ist wie gesagt äh APT at miltrado.de oder so APT die IP ist ihr kommt auf diesen Minusserver nicht drauf Punkt komm at miltrado.com sonst was Auge was machst du hier? aus einem Haus scheiß ich brauche ein bisschen Holz ich brauche 6 Holz jetzt sofort äh jetzt sofort wird schlecht weil ich mich grad noch zurückkämpfe wie viel Holz 6 Holz ne eigentlich brauche ich ne Tür mach mir ein bisschen ne Tür da ne Tür da holt na das das 11 ja mach mir mal ne Tür ah ja nicht ich glaube ich doch hier grad kämpfen muss auch Guide ist verfluchtig Guide ja der ist dumm aber der stirbt wenn er stirbt dann wird er halt respawn ist mir jetzt auch klar bei ihm jetzt weißt du was ich machen wollte ne ja hier kommt jetzt so ne Tür hin ich mach trotzdem so ne kleinen da halt schon mal auch immer so respawn ja mach trotzdem mal hier so ein kleines Vordach hin ne Tür ne Tür ne Tür da hast du ne Tür und eine Fackel bitte und ne Fackel ich brauch da auch nochmal ne Tür wobei ich kann mir auch selber auch ich hab 50 gekrittet man bin ich cool ö Ultimo und kommen wir nicht rein ö ö ö ö ich brauche ne Tür eine Tür eine Tür eine Tür eine Tür eine Tür eine Tür und ich bringe noch ein Wind in Pence die Tür basteln wofür wäre es nicht pur klug wenn wir diese Tür dann weg nehmen nein das ist ein Vordach eh wovvvvvva und jetzt kommen die jetzt wieder raus ja das muss noch gebaut werden so und das ist das für eine rückwand er kann wie die für unsere keller nehmen es ist doch die da extra abgefahren der bekannte die für unsere keller hier links nehmen ja wir haben noch einiges davon ist aber nicht nur ein okay aber die tür hier würde ich wiederum weg das stimmt dass ich nicht wusste dass das doch noch aus der Klinik noch es ist ja es haben die mit Hut kommen her ja die will ich haben weil sie doll aussehen schön so ein Zylinder kann zaubern ähm Mario hilf mir mal komm hm? hilf mir mal komm mach mal einfach nur hier diese Ebene gerade ich will hier hinten mal kurz alles quälen ja gut erstaunt mich dass ich dass ich noch nicht gestorben bin alles gerade macht von mir aus ja genau bis hier einfach nur und wenn's noch von alleine runter geht geht's halt runter erstaunt dass ich beim Blutmode nicht gestorben bin ne der ist ja noch nicht zu Ende ne noch bestätigen kann ja da trotzdem noch kannst du deinem, noch kannst du deinem Ruf gerecht werden na jetzt komm mir jetzt mal 10 Stück an oder was ich halt einfach mit der Spitzsack rein ich hab jetzt kein Lust auf das Schwert zu gestorben jetzt kommen noch vier Goblins an mir auf einmal die ich überlebe und dann ne da stirbt noch Feige ich hab meinen Ruf, Sterberruf verloren ne ne aber mir ist das ja feilschaden sterblich und nicht äh ja vielleicht boxt dich in irgendeinem ja vielleicht boxt dich in irgendeinem